So Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo hier auf dem Kanal. Und zwar wollte ich eben nur mitteilen, dass ich von morgen, Montag, dem 6.8. bis zum 20.8. im Urlaub bin. Nachdem ich jetzt ungefähr ein halbes Jahr lang durchgehend gearbeitet habe, habe ich jetzt mal knapp zwei Wochen Urlaub. Und ja, ich hoffe auf euer Verständnis. Der Upload-Plan ist ein bisschen geändert. Es kommt jetzt nur noch jeden zweiten Tag Factorio und jeden zweiten Tag Prison Architect, was meiner Meinung nach auch ein richtig geiles Spiel ist. Und ja, ich hoffe, das ist für alle okay. Wenn ich dann wieder aus dem Urlaub zurück bin, sollte wieder alles so laufen wie vorher. Also vielleicht zwei Tage danach oder sowas kommt dann wieder jeden Tag Factorio. Und ja, wie gesagt, vielen Dank für euer Verständnis und bis in zwei Wochen. Oder was heißt bis in zwei Wochen? Ihr werdet jeden Tag was von mir sehen. Von daher, bis dann. Ciao.